Hallo! Da hängt irgendwas, was man nicht sehen sollte. Als ich meine Wäsche gemacht habe, die waren nicht ganz trocken, habe ich meine Sachen hingehängt. Ich habe vorhin gesagt, so Unterwäsche hängen oder so. Ihr macht Sinn. Was muss ich machen? Schau mal nicht gegen die Leiter. Kannst du es so halten, dass es nicht da trifft? Ja, ja, ja. Warte mal, ich kann den Chat nicht ausbennen. Aber du siehst, ob ich drauf bin oder nicht? Ja, ja, ich sehe das. So, Mau zum Ersten. Ich habe ein bisschen eins, ich habe es eben schon gemacht, es hat wehgetan. Oder so. Tada! Wow! 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 Oh, jetzt geschädigt. Lass mich ins Krankenhaus mal geschädigt werden. Und wisst ihr was noch, Leute? Ich habe noch gute Neuigkeiten für euch. Ich habe was... Ich war gerade einkaufen in einem Supermarkt. Und wisst ihr, was ich gefunden habe? Guckt mal, was es da gab. Zufälliger... Ey, ohne Witz jetzt. Ich dachte... Was zum Teufel. Warum gibt es genau jetzt Jonglierbälle? Okay. Warte, warte, warte. Also ich kann es nicht mega lange, aber... Ich kann es, okay? Ich musste es euch beweisen. Ich musste die Scheißdinger kaufen. Nur wegen euch. Ah, ist mir warm, ey. Ich kann auch nur mit der Hand. Es ist tatsächlich sogar leichter. Alles mit... äh... Drei... Heimatsfunkustür ist so, oder? Ja. Ich kann es nicht lange, aber ich kann es. Das sage ich auch immer. Gut. Und... Stell dir erstmal hier so ähnlich. Oh, ich traue mich nicht. Wenn doch jemals irgendjemand sagen sollte, dass ich klein bin, ne? Dann... Ne, ne, ne. Stell dir richtig hin. Stell dir richtig hin, so. Also, ich... Also, bitte. Ich bin größer. Ja. Meine Mutti ist aber ne Nette. Boah, nenn sie nicht Mutti. Oh Gott! Schlag sie nicht! Dann ist sie nicht mehr ne Nette. Ah, meine... Die Seifen, äh... Halterungen. Oh, die ist ja cool. Jaaa. Zeig mal. Das sind meine Machen. Wie Zähn du mit dem GoXNR? Ja, ihr merkt es, ne? Woher das kommt. Wie, wie, was? Was, 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 was? Zähl du mit was? Mit meinem Mischpult. Was war denn denn dein Mischpult? Ja, er will mein Mischpult haben. Dein Mischpult? So, dann machen wir das dritte Paket auf. Das fand ich auf meiner Wishlist. Das ist ein Kissen... Unterwäsche... Okay. Also, bitte... Also, ich mein... Das könnte... Unterwäsche... Okay. So riesig. Das ist ein Kissenbezug. Du schaffst falsch rum. Du bist mein Lieblingsmuggel. Voll süß. Wichtig. Ja, mir ist es wichtig. Ich habe einen Strich gemacht. Okay. So, und jetzt... Oh, ich blute, Mom. Oh, voll krass. Das kann doch nicht sein. Oh. Wie sie mich einfach ignoriert. Was? Nix. Ja... Lieber knapp, als wenn du nachher morgen alle unten liegen passt. Ja, nicht so schlimm. Weil dann... Mach mal lieber... Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich sie wieder abbekomme. Sehr viel. Ne, alles gut. Ist ja... Ne, mach mal... Das ist zu viel. Sorry. Na, was guckst du? Ich gucke den Chat an. Euch. Aber ihr seid noch nicht weit gekommen. Ne. Ja. Dankeschön. Sehen wir auch. Mom? Ja. Kommst du kurz? Ja. Mom. Ja. Mom. Ja. Mom. Ja. Ja. Mami. Mama. Mama. Du hast jetzt nicht rennen müssen. Unten ist anders als oben. Es gibt nur eine Richtung. Ja, ob jetzt ein Loch zu viel ist auch nicht schlimm. Selbst wenn es jetzt falsch wäre. Also lieber ein Loch zu viel... Das hört sich wirklich falsch an. Lieber einen noch mehr als einen noch zu wenig. Richtig. So. Jetzt die Spannung. Du machst es wieder komisch. Ich mache gar nichts komisch. Mei. Der Apfel fühlt sich weit vom Stamm. Hast du meine Mutter gerade Stamm genannt? Ja, das sind immer so ein paar Sachen. So Leute, ich nehme euch... Ich trag euch jetzt. Warte. Chat, ich trag euch. Ach du meine Güte. Können wir das so machen? Warte. Warum? Ich habe Angst, dass das runterkommt. Jetzt ist es so, als wenn ihr mir helfen würdet. Ja, cool. Los Chat. Wir schaffen das. Oh, ihr macht das super. Toll macht ihr das. Super klasse. Super macht ihr das. Klasse. Super macht ihr das. Gut. Richtig. Ja. Langsam. Super. Toll macht ihr das. Ein bisschen da links noch. Warte. Warte mal. Einmal kurz. Ja, danke. So. Chat bereit. Chat bereit. Okay. Und. Super. Toll macht ihr das. Äh. Was machst du, wenn ihr mit der Wand fertig seid? Schlafen. Aber sollen wir den Knochen geben? Ab. So, jetzt lass noch endlich was. Platz. Rolle. Drehen. Sitz. Platz. Sollst nicht. Nein, ich habe nicht Rolle gesagt. Mach mal hier rein rein. Platz. Nien. Schlafen. Moss. Hi five! Hi five! Siupe! Super! аз hauen. Nein. Okay. Tschüss. Wir machen gar nicht Ratsch. Wir machen jetzt Burger. Wir machen jetzt Burger. Leute, ich habe mir so ein doppelseitiges Kabelband gekauft, was so richtig krass sein soll. Wir wollten prüfen, ob das wirklich hält. Dieses Messer hängt da seit einer Woche. Was hast du getan? Das weiße Pulver auf dem Boden. Mein Koks. Sorry, tut mir leid. Jetzt nicht lachen, Leute, aber ich wasche Gurke immer mit einem Schwamm. Ich finde es immer, wenn die Gurken im Supermarkt so liegen, so ruhig. Ich finde da ein bisschen ein. Das ist ein extra Schwamm für Gurken. Ich habe einen extra Schwamm für Gemüse allgemein. Und wisst ihr, was ich noch habe? Das hier. Das ist voll praktisch. Ich habe mir das mal gekauft. Ein Kondom für Gurken. Das gleiche habe ich auch für so Dosen. Hier. Das ist mega praktisch. Ich will nur ganz kurz anmerken, dass meine Mom voll hübsch ist oder dass deine Mom voll hübsch ist. Deine. Mary, sei zu bist du. Dankeschön. Siehst du, Fek, jetzt weißt du, warum ich dich immer mobbel. Ich muss das ja irgendwo rauslassen, dass ich von meiner Mama geschlagen werde. Ich muss kurz essen. Ich habe echt scheiße Hunger, Mann. Ganz schön großer Bissen für so ein zierliches Wesen. Ich habe auch Hunger. Meine Fresse brennt. Mir ist schlecht. Ich kann nicht mehr. Ich hasse euch. Mama, ich habe auch gegessen. Mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Ich kann nicht mehr. Ich muss katzen. Das ist was. Habe ich das mal im Stream erzählt? Also, es war ein Ex von meiner Schwester. Man macht ja bei Schulz so. Ich wollte jetzt schon lachen. Und der Ex von meiner Schwester, ich weiß gar nicht, ob er gerübst oder irgendwer gerübst. Genau. Und dann hat er so gemacht. Schulz. Schulz. Und dann war der so, ach nee, das geht ja so. Das ist schon ein Jahrhunderte her, aber das ist immer noch lustig. Und wir so, nein. Das ist schon 15 Jahre her, doch mehr, 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 ja, ja, das ist schon gefühlte 30 Jahre her. Hallo, ich bin 25, das geht überhaupt nicht. Okay, das funktioniert nicht ganz, okay, dann ist es 25 Jahre her. Das war so geil vor allem. Er so, haha Schulz, ah nee, war ja so rum. Und wir so, hä? Nein, das ist ein Loser. Ja gut, das war er auch, ja. Oh Gott. War ein Joke oder war das sein, das war sein Ernst? Ja. Das war sein Ernst? Das ist ja das Schlimme, das war wirklich sein Ernst, ne? Der hat's echt nicht geschneit. Und er so, warum lacht ihr? Und wir so, hängst. Oh Gott, au. Ach, du meine. Mein Magen. Ach, du meine. Das geht kurz. No, Dias, ich wollte dich nicht timeouten, I'm sorry. Sorry. Sehr schön. Ich kriege die ganze Wand gar nicht aus dem Bild. Sehr schön. Yeah. Wäre jetzt so witzig, wenn eine Platte runterfallen würde. Alles einfach so runterkraten. Cool. Ach cool, ich fühle mich schon direkt viel wohler, Leute. Wenn ich einfach jetzt so im Bett sitze, dann sehe ich das. Cool. Da oben kommt noch Efeu dran und da kommen eventuell Efeuplatten dran. Oh, das stimmt mit Kira nicht. Jetzt wisst ihr auch, warum Hasi so aussieht, wie es aussieht. Ui. Ja, die Seelie auch ausschütteln können, ne? Das ist echt nur noch eine Hülle. Die Freunden sich den Kopf von Kira gar nicht mehr. Fertig? Ja. Ja, fertig. Bring. Löst. Löst. Bring. 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 Ja, er fühlt sich gar nicht. Bring. Kira. Aus. Aus. Kira. Entschuldig. Sie hat mich gefallen. Boah, krass. Alexa, Wohnzimmer aus. Was ist denn los? Alexa, Wohnzimmer aus. Ich treibe zu mir. Bitte überprüfe Netzwerkbewegung und Stromversorgung. Alexa, Wohnzimmer an. Alexa, alle Räume an. Alexa, bestell 20 Pakete Nicknacks. Ich zeig euch was. So knackt sich auch manchmal mein Rücken. Haben ihr es gehört? Oh mein Gott. Halleluja, tut das cool. So schlimm. Hast du gehört? Oh, schon wieder. Sein Mann nicht aufwürdig gewachsen. Tschau, schau. Oh, schon wieder. So, schau.